Hallo, Willkommen zu Sweet Kingdom Enchanted Princess. Was sieht er denn aus? Na gut, fangen wir an. Ich habe einen Thron. Das sieht aber recht mager aus. Mein Gott, ich hau dir gleich die in die Fresse. Demolish Unwanted Buildings. So, gut. Sollte man können, ne? Click to continue, okay. Äh, sieht das cool aus. So. Oh, was haben wir denn da für ein Hobbit? So, und was kann ich denn jetzt noch? Ach, der schon. Ach, da kriegen wir Kohle. Okay. Steht denn hier im Bild 5? Oh, wie seid ihr denn drauf? Farmhaus. Kostet ein Esel. Warum habe ich denn keinen Esel? Was kann ich denn hier alles? Junge, Junge, Junge. Ich habe drei Arbeiter, das ist cool. Ach, die Esel sind dafür da. Äh, zum Baumaterial transportieren oder so. Auch schön ist, dass man hier schon am Anfang 5 Arbeiter hat. Das ist cool. Ja. Habe ich fertig. Töfte Burg haben wir, kann ich ja sagen. Ich sag, erstmal raus schicken hier. So ein bisschen malochen. Donkeys. Ah, stimmt. Ah, mit Zeit das Scheißspiel. Okay. Hat an sich für ein Time-Management-Game. Mal wieder. Wir kriegen eine Sonne. Ah, der sieht ja schon mal dürfte aus. Der muss aber noch ein bisschen mehr ran. Ah, du gehst mal auf den Sack, du. Ah, eine Windmühle. Wie im anderen Game. Level 2. Na gut, da ist unser komischer Goblin. Ah, auch eine Schönheit, ne? Ein Traum. So, lad mal schneller. Du brauchst das gar nicht machen, weil... So, was mache ich jetzt? Ich baue... Nein. Ach, hier muss ich... Ja, guck mal an. Hier muss ich aufräumen, muss ich... Hast du das jetzt gefressen, du komischer Donkey? So, wir sollten mal ein bisschen aufräumen hier. Hier haben wir Wasser. Hier brauchen wir noch zwei Farmhäuser. Ah, fuck. Abbrechen. Ich brauche drei Windmühlen. Abbrechen. Welcher Mensch braucht denn so viele... Windmühlen? Ja, gut, dass wir drei Donkeys haben. Was ist das hier? Was ist denn hier los? Ich hab... Ich hab... Wut. Holz. Okay. Dam, dam, dam. Boah, die kriegen richtig was zu tun, meine Malochas hier. So... Ressourcen haben wir alle. Klick, klick, klick. Mal gucken, wie unser Thronsaal gleich aussieht. Da will Level 2 auch schon fertig haben. Jaaa... Schon nicht schlecht. Ach du gehst mir auf den Sack, du Magier. Level 3. Mal gucken. Wie sieht das denn hier aus? Oh mein Gott, wir können erstmal mal lochen hier. Und wir haben noch einen Donkey. Sollte ich mir einen kaufen? Jaaa... Gau ich mir, glaub ich, direkt noch einen. Ich weiß ja nicht... Sollte ich das alles dafür... Neaa... So... Ich weiß noch nicht, ob ich... So... 20... Oh... Ich brauche Windmühlen. Zack. Ach, ein Donkey brauche ich noch. Äh... Ein Farmhaus und hier ein... Eine Windmühle. So... Schön alle upgraden. Was ist das denn hier? Das machen wir. So... Alles abgegradet. Nur noch das. Und... Das kann man nicht. Get 5 Donkeys. So, was muss ich denn jetzt hier noch upgraden? Das hier. Das sieht cool aus, ey. Alter... Die Esel bauen... Upgrained die Häuser. Wie... Twiggy ist das denn? So... 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 Hier ist auch wieder... Pflückzeit. Ah... Dafür kriegen wir... Guck an. So... Einmal noch, dann haben wir alles. Ach... Hier ist auch noch All It. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Jetzt kann ein Movement wieder... Volle Pulle... Ach... Schon geschafft. Na gut. Drone Tune. Kriegen wir ja jetzt schönes... Wie wirst man hier mit einem neuen Sessel? Schön so ein Game of Thrones. Dort wär's, ey. So... Welche Level sind wir jetzt? Äh... Vier, ne? Ah... Ein Market. Jetzt mal einen Slutten trinken. Oh... Was ist denn hier wieder los? Ach... Das Luder will Todden 200... Ehh... Da kriegen wir... Mache ich denn jetzt? Mh... Ein bisschen aufräumen erstmal hier. Ah... Noch ein Donkey. Warum nicht? So... Haben wir gleich schon Holz. Das können wir mal pflücken. Damm-damm-damm. Was ist das hier? Speed Production. Cool. So... 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 Und ich ... Hier Briecke schon... Ah. Ich hab kein Gold. Fuck. Wie krieg ich denn jetzt Gold? Scheiße! Da hab ich nicht aufgepasst. Restart. Fuck. Äh, direkt den Market. Na, vielleicht sollten wir... na, gucken. So, jetzt können wir... alles verkaufen, oder? Sell. Heh, die Donkeys erinnern mich voll an von Schreckdern. Da. Tudu. Upsack. Kann ich... äh, was woherz nochmal? Ich hab keine Kohle. Was kann ich denn jetzt verkaufen, mal wieder? Das ist ein Unterschied zwischen den beiden. Stürzeln. Lululululululu. Lululululululu. So, 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 was kann ich noch upgraden? Und das letzte Haus. 480 Türken, klingt gut. So, so, so. Kostet ein Donkey. Ich glaube, die Kohle müsste ich gleich haben. So, jetzt haben wir den Bengel weg und können das Artefakt... Show, show. Aber fertig. Jetzt bin ich mal gespannt, wie mein Thronsaal aussieht. Wo ist denn mein... Wing of Life? Ah, genau, Wing of Fire. Take a head. Blah. Back away. Hey. Können wir Quasts herstellen. So. Mal nicht wegmachen hier. Let's mal aufräumen hier. Genau, ein bisschen Tuning muss auch sein. So. So. So, eine Bäckerie bauen wir. Ja. Und dann machen wir... Ich würde sagen, verticken wir lieber Brot. Aha, wir können schon Producen. Ach, können wir auch direkt upgraden. 200 Zacken gibt das Ding. So, 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 so. Dann machen wir gleich den kleinen Goblin. Oh, wir müssen 5000 Gold sammeln. Ne, Produktion ist besser, ne? Hm. Krieg ich heute noch? Downs, da, da, Downs, Downs. 1500 Attacken, geht klar, mein Freund. Moment. Kann ich den hier wegmachen? Dann brauche ich noch eine Weizenfarm und... So ab. So. So. So, ein bisschen was wir ticken. Oh, das geht schnell, ey. Okay. Das ist mal Upgrade, würde ich sagen. Und Speed einmal reinhauen. Hm. Hm. Mein Gott. Können wir auch schon wieder loslegen. Okay. Tada. Ah. So, wir haben gleich mächtig Brot. Äh. Brot und... bisschen mehr produzieren. Können wir sonst noch machen. Ein Brot brauchen wir noch. Zack, zack, zack. Oh, alles einmal. So, dann haben wir die Kohle auch schon. Ich kann nicht, dass man so viel Kohle da mitmachen kann. Tada. Das war leicht. Äh, wir kriegen Blümchens. Alles klar. Machen wir hier mal einen Cut. Bis denn. ミalN. win.